Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von TTT mit allen denen ihr hier seht, Team Beatsmeet und Dallocard. Boah. Nop. 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 Jey ist übrigens der Hustle Master 98. Wer hätte beever sein sollen. Unsere Hass anzunehmen. Husly. Genau. Der hat mich leider vergiftet. Ich habe nur einen Traitor gekillt. Aber der hat mich vergiftet, ich werde gleich sterben. Der übrige Traitor ist alleine. Versuch der. Das ist auch so, der sagt oh my god! Bram! Okay. Da ist soviel explodiert mit Melonen. und so weiter. Das war irgendwie alles unfair, das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich hab keine Ahnung wo der warm ist. So. Ja wo ist er denn? Ne, dauert noch was. Tut mir neid. Kurz aus noch Jay wieder beleben. Ach shit. Hat sich um die Leiche keiner gekümmert? Nee, die liegt immer noch auf dem Platz. Das ist aber echt ärgerlich. Mach doch nix. Jawoll, Bram. Ach man, schade. Schön. Ah nö, keine Chance auf die Distanz. Mega ärgerlich, dass Sepp nicht direkt One-Shot war, er lief die Gänse Von meiner Nase rum Ja, und hat er doch zwei Schüsse gebraucht Das ist eine Lüge Ich so, alles klar Das Problem, als Peter gesagt hat, er ist vergiftet Der Trainer ist tot, dann war klar Es sind nicht mehr viele Leute da Das Problem war halt auch Ich musste halt irgendeine Waffe nehmen, jetzt habe ich die Poison Gun benutzt Die habe ich ja mal verurteilt Wegen Pussy Waffen, aber ich musste ganz schnell nach unten Scrollen, irgendwas benutzt So eine Scheiße, jetzt können wir es auch weiter benutzen Ja, ja Jetzt wo du einmal eine Pussy bist, dann kannst du auch immer eine Pussy bleiben Ja, weißt du, ist halt so So behält man Standpunkte bei Genau Alter, Bram wird mich gleich im Schiff ficken wollen Wo wir diese Tümchen bauen hier aus Stühlen Nein, nein, nein Nein, 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 nein Bram ist bei dir Bram, 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 Bram Bram, 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 Bram Oh, PR! Bram Brahanou Brammen! Brammen Brammen! Brammen, Brammen 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 Hinter dir! Hier habe ich doch mal Ich habe eine weii! Wir hatten die dahin geschmissen! Hat die jemanden getroffen? Christian ist darunter. Ich glaube der hat einen richtig krassen Abgang gemacht. Christian hat den geilen Flug des Zoodes gemacht. Der Bram, der ist auch runter gesprungen? Ne, da unten liegt er. Die Plasma hat übrigens Dalu geworfen. Okay. Lass Sepp! Sepp und Peter! Ach Sepp. Oh, nur noch Bram. Wo ist denn der hin? Der rennt gerade den Weg hoch quasi, den der Fan als tweeter auch hochgegangen ist. Hinter dir! Der war ein mega easy Föder, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oh ne, Moment mal ganz kurz! Ah, alle geholt! Warum Bram? Ich hatte die nicht geworfen! Nein, die Plasma! Dalu hat die geworfen, Alter! Ja, Dalu war geil! Du sagst so, ich wärm jetzt eine Plasma auf Bram! Ich so, hör, welche Plasma? Oh, die, die unter dir liegt! Und dann war leider schon zu spät! Das sah so geil aus aus meiner Perspektive! So geil! Wie der geflogen ist mit so einem Rad, der da geschlagen ist! Die war für Peda gedacht! Also, was hast du denn nicht so rumgeschrien, als ich dich abgeballert hab? Ja, im ersten Moment dachte ich, du hättest mich vielleicht abgeschossen, weil ich die Plasma auf Peda geworfen hab! Du hast nämlich gar keinen Namen gesagt, da hatte ich nachher gar keinen Interessent. Eigentlich standen ja alle drumrum! Ja, aber es hat trotzdem keiner gesehen! Als wir auf Punkte gespielt haben bei Troubletown, war das auch Dalu, äh nicht Dalu Stärke! Ne, auf Punkte spielten! Aber worauf spielt man denn dann sonst? Auf geile Runden! Auf geile Runden? Aber geile Runden bedeutet doch im Endeffekt, als Traitor zu versuchen... Ja, aber was passiert, wenn du geile Kills machst mit Items, die keine Punkte geben? Das ist die Runde ja trotzdem geil gewesen! Ah, okay, ja gut! Aber ganz ehrlich... Sind wir zu oft zu schießen? Was soll das? Warte, ich schieße einfach so durch die Gegend! Ja, ich... Eigentlich gewinnt der mit den meisten Punkten, der im öftesten Traitor geworden ist! Alter, willst du nicht verhascht?! Ja, ich hab 92! Du hast mich angeschossen! Einer von den beiden ist es! Ich hab auch gerade das Gefühl! Du hast mich angeschossen! Zisch ab, Sepp! Ja! Wer schießt denn hier auf Menschen? Guck mal... Ne? Ich schieß nur auf dich! Will man doch nach der Suche nach einer geilen Waffe! Was ist denn das? Dalu? Ist denn nur Bullshit! Da steht Crude hinter mir! Ist ja gerade Martin geworfen! Weißt das, du bist... Du bist... Böser, Böser! Und Dalu... Böser! Sonst würde da nicht Crude stehen! Dalu... Dalu will sich rächen an mir dafür, dass ich... Wir haben auch keine geile Waffe! Hallo Christian! Schönen guten Tag! Tisch ab! Bitte schießen Sie nicht in den Rücken! Hallo Sepp! Da ist ein Chef! Auf die Entfernung! Da unten vielleicht noch gute... Aua! Wir sind nicht... Gute Waffen! Hier sind ganz schön viele Leute! Ja... Bam! Was hast du da für eine Pistole? Dalu? Was soll das? Ich hab eine Pistole! Du hast gerade eine Pistole in der Hand! Hast du die Poison Gun in der Hand? Mach den weg! Kann sein, dass der eine hatte! Der hatte eine Pistole in der Hand! Und hat von oben runter geguckt auf Dalu! Ich hab geguckt, wie der unten rumläuft! Ja... Mit der Pistole! Aua! Mich hat jemand... Päusend! Das war Christian! Das war Christian! Das war Christian! Christian schießt auf einen vergifteten... Peter! Du Arschloch! Du Wichser! Du Wichser! Ist klar! Wie schnell ich tot war! Moment! Aber du wolltest mich doch auch killen, nachdem ich einen Traitor gekillt hab! Ach so, Bram! Dann hat er erst mal minus zwei Punkte gekriegt! Hab Bram also gar nichts böses gemacht, quasi! Ne! Ich hab auch die Waffe nicht gewechselt! Weil ich keine Poison hatte! Aber das sah aus wie eine Pistole! Oh my god! Ich hab auf dich geschossen, weil du auf mich geschossen hast! Ich hab auf Chris geschossen! Ja, aber du... Ich hab das Treibstand abgekriegt! Ja, ja, ja! Der war nicht... Der war nicht von mir, Dennis! Fand der Fehler nicht so gut, Dennis! Ich werd angeschossen! Alle sofort umgefallen, ey! Das war ja voll der Shit! Welche Waffe! Welche Waffe waren das? Hm... Ich könnte mal... Jetzt werde ich Trader, dann kill ich Sepp! Walu, du hast mich gerade gerecht! Ich fand das gut! Ich find die Map als Trader echt unheimbar! Weil, wie gesagt, nur eine Wurst ist! West! Und vor allem so ein bisschen nebelig! Und auf einmal steht die Wurst auch da! West! West! Hallo! Christian! Da, Dalu, jetzt gib ihn mir! Dalu schmeißt schon direkt mit Granaten oben drauf! Smoke! Everyday! Jaja, Dalu! Ich mach eh keinen Schaden mehr! Das stimmt! 814! Also viel machst du bestimmt nicht mehr! Ja, ja, ja! Wie viele Runden hast du denn da schon, äh... Alter, wirst du denn da... Alter, wirst du denn da... Peter! Ene Mene Dali Card! Du hast einfach mit Granaten geschmissen! Scheiß Traitor! Ich steck genau hinter dir! Schön, Bram! Schön, Bram! Schön, Bram! Pass auf, Dalu kommt von oben! Christian! Aber ich bin nach Inno! Alter! Hallo, Dalu! Was geht ab bei dir? Ey, Bram! Du wirst verfolgt von Dalu! Alle kommt zu euch! Christian kommt auch rüber! Oh, da spielt hier noch ne Incendary! Ja, wo soll ich sonst hin? Ja, dann geh ich halt nicht da hin! Dalu, versuchst du gar nicht das Leiche zu holen! Ja, vielleicht möchtest du... Machst du da eigentlich die ganze Zeit, hä? Ja? Ja, ich muss halt nicht so Leiche! Find der Engine so nice! Ja, das stimmt! Christian! Christian! Alter! Kämpft ihr immer noch? Ich kann damit nicht schießen! Das war ein Shot, den ich noch brauchte! Nee, das war nicht ein Shot, den du noch brauchst! Wie viel Leben hast du denn noch? 30 oder so! Da stand der Bram direkt hinter dir, Jay! Ja, das hab ich nicht gesehen! Ja, das hab ich nicht gesehen! Ja, das hab ich nicht gesehen! Ich weiß, das ist schon nicht ärgerlich! Ich bin überhaupt nicht, was ich machen soll! Die Items sind alle kacke! Ich hab die Poison-Teleporter auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite rennen, jemanden killen und dann rüber! Ich hatte die Poison mal getestet! Das weiß ich nicht! Peter, es gibt keine hilfreichen Tipps hier! Du bist ja gewinnig! Ja, vielleicht ist der ja immer Traitor-Kollege von mir! Dann kannst du ihm das sagen! Ja, dann kannst du ihm das sagen! Wenn du dir jetzt das kaufen würdest! Ach, hiermit geht er! Hink! 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 Och, Christian, bleibt hier mitten drauf stehen, Leute. Ah, aber, ähm... Oh, das ist doch Plasma. Alter, igual Plasma! Müssen wir weg! Hey, die klebt an ihn. Alter, hau ab! Ich wollte doch hier so hoch! Delг. So wollte die Leute dich jetzt töten, sorry! Ich hab die geworfen... Leute, mein friends! Leute, ich hab ihn geschütet! Der war schuldig! Ich hab die geworfen bevor die Runde anfing, so bei 50 Sekunden, und dann klebte die aber ewig an ihm dran! Das sind immer die besten Runden. Das geil ist, ich hab auch noch eine geschmissen, jetzt weiß ich eben, ich hoffe man hat das gekillt Ach, ne, dann war das deine, dann war das deine meinst du? Ja, ja, du warst das jetzt Ich kriege ich halt die Punkte, das ist auch ok Die hat übrigens schon auf mich geschossen Ja, warum wohl? Ich hab den noch gekillt, du Wurst Roland! Peter Die Waffe ist so behindert! Na, mich hast du ja direkt weggerotzt War lucky, wer hat dich gekillt, wer hat dich gekillt? Dennis hat mich gekillt Jawohl! Ja super! 38 Punkte Absolutes Rennunglück ey, was ist so ne Kacke Was ist denn da für eine Scheißrunde? Ja, dann war das versehen Mist ey, ich schieße das davon oder Leute weg Aber lustig ey, ich schieße das davon oder Leute weg Aber aus versehen die linke auf Aus-Taste gedrückt Deathmatch Die letzte Runde, da kann man das mal machen Ich hab extra drauf geachtet, dass die Hoch geht, bevor die Runde zu Ende ist Das klang aber nicht so Ja doch Aber mich hatte das halt gewundert, dass die so lange Gelebt hat, die komische D-8 Was denn für ne Scheißwaffe hier Wieso alle in einer Reihe rennen hier Pfff Hain noch was cooles, Bram Sepp bei mir Hey Jhyhyhyhyhyhyhyhyya Schallviamente wenn sie keine An 감사합니다 Nein, nicht mich töten, Sepp. Sepp bei mir. Ja, dann geh doch einfach weg. Ja, ich geh weg. Da unten ist nichts Spannendes mehr, außer Bram. Ja doch, Bram, der rotzt mich weg. Ich hab gar nichts weggerotzt. MP5. Was denn? Ich wollte nur sagen, du bei mir bist. Ja, hört doch keiner. Stimmt, alle ignorieren dich. Ich dachte, du wolltest alle wegmachen, Christian. Ach, er war irgendwie ne Shotgun. Ja, ich hab dich irgendwie mit komischem random Shit da weggemallert. Hallo. Das ist doch gut. Ich vermass mal eigentlich ganz geil, ne? Christian. Ich such doch auch nur ne Waffe. Hier, ne, ne, Disco ist total. Christian, Christian, rett hinter mir her. Oh, Leute, das gehaut zu viel. Ich wusste nicht, dass die da sind. Disco. Wenn Peter ne Disco geworfen, ist er eigentlich schon Traitor. Ja, bin ich aber nicht, außer ich war die angesagt. Dann würd ich die nicht ansagen. Christian wär fast gestorben. Ja klar, willst du jemanden blamen? Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Der Pinner, der brennt, warst du das? Ich war das. Bananenbombe, hier oben bei mir. Ja, die kam aber von unten. Ja, aber der hat sich ja fast getroffen. Chris, Vorsicht, das sind doch Bananen. Ja, wann explodieren wir denn endlich mal? Da oben schießen ist er. Dalu hat nen Dead Ringer. Dalu? Dalu ist runtergesprungen von der ersten Plattform da. Wer war da? Der blutet. Der blutet. Hey, der ist hier oben. Es gibt noch nen zweiten Schwäter, ne? Dalu hab ich. Hoffe ich. Ah, Jay! Das ist der andere. Scheiße. Ich dachte doch, der wollte sich... Der ist oben im Haus. Der wollte sich hier mir anbiedern. Der ist oben im Haus. Da hat er sicher gut eingesperrt, wa? Können wir keiner rennen machen. Ja. Wir gehen mal eben... Das ist die gleiche. Okay. Dalu geht jetzt fliegen! Ui! So, Dalu ist weg. Jay, wo bist du? Der müsste dann ja noch in dem Haus sein. Der hat vorhin auch nur nen Smoke geworfen. Ich weiß ja, wer ein Teleporter hat, aber ich glaub nicht. Kann man ja eigentlich hören, oder? Das wäre natürlich nicer dicer. Kann man nicht Granaten, die wir da reinwerfen können? Ich hab grade nix. Was macht der da? Der wartet jetzt auf die, oder wie? Oh, der hat glaub ich gerade echt nen Teleporter benutzt. Nee! Oh, da ist er noch! Oh! Ach, der versucht ja nur raus... Der hat auf irgendwas draufgedrückt. Da! Nee, der hat den jetzt an! Deadwinger! Deadwinger! Das war nicht schlecht, glaub ich, oder? Ist er so schnell durchgekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Da ist er. Nee, hinterm Auto, glaub ich. Oder? Hört sich so an. Na, dann ist er wieder rein, glaub ich. Oh, kennt er ja noch. Egal, wir bleiben hier, Peter. Wir bleiben schön hier. Oh, der ist glaub ich immer noch in dem Raum, der hat irgendwas probiert. Der hat irgendwas piep. Ich glaub, Peter benutzt den Deadwinger nicht so häufig, deswegen... Ah, Jonathan. Jetzt in der letzten Runde noch so langweilig werden hier. Ah! Ist der da unten? Der ist unten. Der ist richtig, der ist richtig low jetzt, der Junge. Der Deadwinger wieder, ne? Warum, was? Da war er! Da unten ist der irgendwo. Oh, was ist das? Echt? Nein, 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 nein! Nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nein! Die wissen, dass ich da bin! Scheiße! Da hättest du die Möglichkeit, als du direkt hinter Zip warst, ausnutzen müssen. Ja, ich weiß nicht, wie man sich zurückverwandelt. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ich dachte, das ging nicht. Doch, das geht. Mittlerweile haben sie es gepatcht oder was? Aber so geil! Dennis hat gewonnen. Bramboos richtig dumm geguckt haben. Hab ich. Hab ich. Ich hab kurz mal nachgedacht. Forest Final. Äh, ja. Ich hab die Technik von Peter benutzt mit dem Teleporter, das hat ganz gut geklappt. Ja, sei ja. Oh, nicht schlecht. Dann spielen wir jetzt nächstes... Forest Final. Ja, guck mal an. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss! Tschüss!